Ja, ich muss ehrlich noch dazu sagen, es ist wirklich zum Beschämen, was hier in letzter Zeit passiert. Einerseits die Menschen werden dazu genötigt, sich ein Jackerl holen zu lassen. Zum anderenseits werden die Menschen auch bedroht, wenn sie es nicht machen, wie zum Beispiel Pensionistengeld sperren oder streichen, Arbeitslosengeld streichen und sperren, Hartz IV-Geld streichen und sperren. Ich glaube, diesem Minister geht es nicht ganz gut, würde ich mal sagen. Vielleicht sollte man den Arbeitsminister unter der Erwachsenenvertretung stellen lassen, damit er endlich mal im klaren Verstand kommt, weil das ist eine erboste Frechheit und so ein Arbeitsminister sollte man nicht unterstützen, sondern gegen ihm sein. Und es ist traurig, wie gesagt.